Ist sie heute hier? Schönste Frau Budjardings? Bist du nicht? Nee, du bist ein Kerl mit Glatze und Kamm oben drauf. Das ist auch nicht Frauke. Kennt ihr nicht Frauke Hansen? Wo ist Frauke? Frauke Hansen ist die schönste Frau in Budjarding, direkt nach Inge Holger. Und für Frauke Hansen haben wir diese kleine Hommage geschrieben. Ich hoffe, es gefällt euch. Chef, darf ich eine rauchen? Nein. Dienstag, ich hab dir schon mal gesagt, du hast hier eine Vorbildfunktion. Und es sind Kinder im Publikum. Da wird nicht geraucht. Der raucht doch auch, der kleine der in der blauen Jacke. Seh ich genau. Ja, trotzdem. So, da müssen wir tanzen. Das war eine Weile. Morgens 6 Uhr Puh, Frauke steht nun auf Mit einem Kantenbrot beginnt ihr Tagesland Sie nimmt statt Budermargarine, statt Tee trinkt sie Kaffee Sie kennt sich irgendwann erst die Haare, bevor sie nach die Tatsen geht Morgens 6 Uhr Puh, Frauke steht nun auf Morgens 6 Uhr Puh, Frauke steht nun auf Morgens 6 Uhr Puh, Frauke steht nun auf Durch Achse, Haare, Flechten gewinnt sie dir Speisesalz Den Haar liss sie nur mit Gräten, knete Figuren aus Ohrenschmalz Man sieht sie nie ohne Zigarre, statt aufs Klo geht sie vors Haus Und als Mädel zuhause, Frau Hüte, zieht sie die Stromtus jemals aus Mäukhut 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 Dohrmid assembly Mäukhut 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 Muhr Rauch geht's zurück, Rauch geht's zurück, nach mir und nach Wusserland, Rauch geht's zurück, nach mir und nach Wusserland. Danke von Sorg, das war das Lied für Frauke, das stimmt, aber Frauke macht das wohl, ich bin auch ekelig und Frauke macht mich auch. Vielen Dank.